hallo und willkommen zurück zu yokai watch für nintendo 3d ist mein kopf ist immer noch so rot weil ich immer noch mega erfreut darüber wenn das spiel nicht draußen ist nehmen fünf yokai im team auf ist jetzt die aufgabe und wir ziehen wieder unsere schuhe an und gehen jetzt einfach mal auf yokai jagd weil der gegner der unsere eltern da befallen hat er heißt hat man manchmal schon vergessen ich hab den namen schon vergessen ist sehr stark anscheinend deswegen brauchen wir ein bisschen hilfe und dominik 1 noch was denn da du nun gegen mehr die ok kämpfen wirst brauchst du vielleicht die hier halten drei pflaumen reißball okay du kannst sie auch im supermarkt bekommen die wir für sich hier gibt es einen supermarkt wie geil sieht ihr dann als investieren dort kannst du essen und werkzeuge auswählen dass du nützt möchtest füttere den yokai bei niedriger lp mit essen um lp wieder herzustellen ok in lenzhausen gibt es viele läden die unterschiedliche items verkaufen in der bäckerei bätsch ernsthaft gibt es zum beispiel verschiedene brotsorten im imerda markt hört sich irgendwie sehr viel mediamarkt anhört ich weiß nicht warum kannst du neue items kaufen und überflüssige verkaufen kaufe lieblings essen verschiedener yokai und freunde dich mit ihnen an natürlich ist das essen wie immer der schlüssel zum herzen können wir jetzt einfach so irgendwo rumrennen und yokai suchen wie geil da ist irgendwas da steckt irgendwas an hier oben irgendwo ist ein yokai aber wo oh jetzt nimmer hä hier im auto oder was ja genau als ob er jetzt einfach unter dem auto ist vor allem was ist das für einer was ist das habe ich noch nie gesehen was ist das auch wieder so ein linien mit dem schwert auf dem rücken simpel das ist einfach ein ninja und der scheint ziemlich simpel zu sein wieso ist der simpel oh gott das sind ja noch andere stelle die lp der nach verbündeten wieder her indem du sie mit items fütterst gibst du deinen gegnerischen yokai essen können sie deine freunde werden aber vergiss nicht dass jeder yokai einen seine vorlieben und abneigungen hat du kannst nur ein item pro gegnerischen yokai verwenden schnapp dir den touchpenden da habe ich den hingelegt simpel hat verstärken dabei hustanie die sieht aus als wäre eine bakterie an die macht ganz viel husten und die miesen bücke die macht miese laune sind wir damit verstärken dabei ok ich bin bereit kampf ok äh ulti seel von dem und dann müssen wir drehen müssen wir immer dasselbe machen endlich wieder ein spiel wird diesen scheiß touchpin auch mal sinnvoll benutzt nicht auf nervige andere weise zirpulärschnitt ok dann würde ich sagen was kann man denn hier eigentlich ich hab schon gewonnen oh ich hab gerade drauf geachtet Geld wir kriegen EURO wir kriegen EURO wir kriegen EURO hä das ist das einzige Nintendo Spiel auf der Welt wo man EURO verdient Fluchthelferlein getrocknete Makrele mhm lecker die hab ich immer gerne in der Tasche simpel nähert sich dir komm ich werde von dem Auto überfahren lass mich dein Schattenmann sein mit simpel anfreunden ja ich hab nen ja gefunden du hast dich mit simpel angefreundet simpel einen Namen geben nein simpel wurde in deinem Jokai Medallium hinzugefügt aber wo Jokai Medallium ich nehme ich mal da oh sehr cool du hast die Jokai Medallie für simpel erhalten das hat da zweimal gestanden warum auch immer aber ok ich will mir mein Jokai Medallium angucken Jokai kämpfen von selbst indem sie vier Kampfstrategien benutzen diese Strategien sind Attacke Technik blocken und besälen manchmal trödeln sie auch rum wenn dir das passiert über dich in Geduld du kannst dir im Infomenü Hilfe zu Kämpfen ansehen ok ich will mal kurz in meinen Jokai Dingen da gucken Medaillen da ist es doch zur Hand gesammelt zur Hand heißt bestimmt genau die die in der Uhr drin sind oder die man gerade in der Hand hat gesammelt ich will mal meine Medaillen tauschen man kann Medaillen tauschen wie cool steht da dabei was die für ein Typ sind ja man sieht ganz oben rechts da ist ja der Name von dem Jokai simpel Jamsil und Vincicado und ganz links daneben da steht ja dieses auf Englisch heißt der Tribe ich weiß jetzt nicht wie das auf Deutsch übersetzt worden ist aber das ist praktisch der Typ wie bei einem Pokémon zum Beispiel Typ Pflanze Typ Feuer Typ Wasser und da gibt es die Tribes Charming also charmant wahrscheinlich Grusel Schummerig und es gibt noch ich glaube vielleicht gibt es insgesamt ich glaube 8 ich weiß es nicht genau aber die werden wir bestimmt auch nochmal erklärt bekommen ich weiß nicht ob das auch wie bei Pokémon ist das verschiedene Jokais verschiedene Vorteile haben wir die gegen die Kämpfen aber ich glaube das ist einfach mehr oder weniger so ein kleiner Sammelfaktor haha cool einen haben wir schon brauchen wir achso ich weiß warum die gesagt haben dass wir insgesamt noch 3 brauchen weil wir schon 2 hatten und insgesamt brauchen wir ja 5 deswegen mussten wir noch 3 suchen was ist das denn also gab das doch Sinn was ist das da ich will da hin da ist irgend so ein Ding an hallo mein Freund will an den Strand gehen aber ich will erst einen neuen Bader anzukommen warum hab ich gewusst das dir jetzt sagt hä jetzt ob da so ein Pappmännchen steht what the fuck wie komm ich da hin oh sneaky Geheimgang hallo was ist denn das erhalten zäß bonbon ehh das war ne Kiste bah einfach so matschige Scheiße in so einem Grashaufen gefunden ja die möchte ich gerne erst kann man da was kaufen oh man kann da was kaufen man kann an Soda Automaten was kaufen ein kaltes Getränk täte jetzt gut da sagste was man kann ne Y Cola und ne Inspirator Y kaufen und die kostet 1,20 Euro Geld was ich nachvollziehen kann holy shit das Spiel wird immer geiler oh hier sind schon so viele kleine Tatsachen die einfach das Spiel mega geil machen man kann ne Ampel drücken gibt jetzt ne Joker die gerne spielt kann ich bitte oh mein Gott ich kann die Rutsche hochlaufen und runter rennen oh shit ach rutscht der da auch richtig runter ne der steht einfach da drauf aber ich kann die Rutsche hochlaufen kenn ihr das frustrierende Gefühl wenn ihr in irgendeinem Spiel Rutsche seht und dagegen lauft und dann passiert irgendwie das ich kann halt hochlaufen ich kann die Rutsche hochlaufen ich glaub wo ich trauste oh shit hat der grad so hat der grad irgendwie so kugelisch gebremst hat das ja cool ausgesehen mach das nochmal oh jetzt macht er das nicht mehr egal was machen die denn da was machen die denn da gibt's ein Problem beat beat ich will eine Y Cola schein scheint das eine sehr beliebte oh ist noch ne Kiste Firma zu sein erhalten 10 Cent Kaugummi die machen das Spiel echt ganz schön relatable was ich gut finde oh da ist irgendwas aber das ist bestimmt ein Tier oder? Hä? was ist das denn für ein Yuki? der bewegt sich geahnt ist mega faul wo sei hin? wow der ist voll schnell ey warte mal das ist kacke ich brauche mal ein Touchpen boah der ist voll schnell mit dem Touchpen ist aber doch deutlich einfacher als mit der Steuerung gefunden nix da ja der block dafür alles ab ist so ein Sichtschutz das ist auch so cool wie die Elfer so dumme Wörter umgesetzt haben da daraus ein Charakter Design gemacht haben das ist auch wieder so krass am besten äh die beste Kampf Methode ist alle Angreifer auf einen Gegner zu richten benutze den Pin um deine Angriffe auf bestimmte Joker zu richten sobald der Pin einen Gegner trifft ziehen deine Freunde auf diesen Gegner nix da will kämpfen aber er ist alleine deswegen wird nix da gerackt so jetzt wie kann man denn jetzt den Pin auf den Rechten deprimiert keine Motivation mehr oh shit egal probieren wir mal oh ja ja oh ne oh ne hätte es ja geklappt warum hat es ja geklappt als ob man da einfach in der Sache nachzeichnen muss das ist so cool das letzte Mal das ich so gemacht habe war irgendwie bei irgendeinem Harry Potter Spiel muss man so Zauber nachfahren oder irgendein Kack ey ach das Spiel wird immer besser Erfahrungspunkte und Geld 36 Cent ja cool ist das schön einfach mal zu wissen wie viel Geld man hat hört ihr wieso du hast 5 Millionen Gold ist das jetzt viel oder wenig nach Kämpfen füllt Aukai deine Seelenanzeige und LP der Yokai wieder auf wer ist Aukai Aukai ist beim im Media Markt ich sag immer im Media Markt im Merdermarkt und im manchen Gefahrenzone anzutreffen du kannst wenn du Aukai siehst geh zu ihm um deinen Yokai zu regenerieren ach mein Gott ich kann nicht reden Aukai kann auch die Yokai Medaillen wechseln und das Tag hoch aufrufen Ultisale stoppen wurde im Hilfsmenü hinzugefügt ok kann man eigentlich auch so laufen man kann auch mit dem Touchpin laufen das ist cool aber ich laufe lieber mit der normalen Steuerung ok dann fehlt uns jetzt noch ein Yokai dann haben wir 5 Stück so die Frage wo ist unser nächster Yokai ah ah der läuft ah jetzt habe ich noch rausgefunden man muss hin und her laufen dann slidet der so geil hier war doch irgendwo einer ne die sind bestimmt am streiten oder obwohl Regen meine Arbeit äh meine Art von Arbeit etwas schwierig gestalten würde kann es nicht ab und zu auch mal Regen ach so ich hätte das in der Reihenfolge äh lesen müssen das war ein bisschen dämlich hier ist aber bestimmt irgendein Yokai oder? ok dann halt nett doch nicht aber hier drunter oder? jaaaa ist das wieder derselbe wenn das derselbe ist dann würde ich dir nicht ne nochmal würde ich dir nicht wie Whisper mich die ganze hinterher düst wie süß irgendwie ich würde jetzt schon gerne mit diesen einem Meeresort da gehen oder mit dieses Wasserdingen da ne Katze miau wow da haben die sich über viel Text ausgedacht wo gehen wir denn jetzt hin? ich will doch irgendwo einen richtig coolen Yokai finden so ein super secret Yokai und jetzt schon wieder einen Baum das ist langweilig unter dem Auto habe ich auch schon oft genug nachgeguckt ja wie groß denn die Stadt bitteschön oh shit Flussufer jaaa mega Animo komm jetzt will ich irgendeinen Wasser Yokai hier ist irgendwo einer da ist bestimmt einer da ist einer hoffentlich ist das Ding was ich denke ich habe nicht in der Serie bis jetzt einen Wasser Yokai gesehen ich will das unbedingt haben oh ne das ist das nicht was ist das denn? irgendeine Ente war die satt ich bin gespannt Drotzel macht der, dass man rotzt oder wat? Drotzel greift an du hast Rotzel in der Nase hängen ich hab mir ein bisschen Angst Dösuma und Hustani Hustani kennen wir schon ich gehe mal davon aus Dösuma macht, dass man schla- Dösuma macht Ultisee ich will mal, dass er hier eine Ultisee angreift äh Macht hat auf Deutsch ok, aber die muss man auch hier so zeichnen was mit dem Touchpen sehr gut funktioniert womit auch sonst mit der scheiß Tastatur da hat Tastatur hast du das gesehen? ich hab den gerackt sind meine Yokas gestorben? Hä, was ist denn jetzt? mein, mein, mein Yokas gestorben Hä? Hilfe Ah, ich bin tot WTF? weißt, ob ich mega verreckt bin wir verlieren alle mal lass den Kopf nicht hängen weißt du nicht zusammen, wir packen das und jetzt ist hier jetzt wieder ein anderer? Hör, hier ist einfach Gebüsch hier ist einfach gar nichts, oder? ok, ich finde das schon mal gut, dass dauerhaft einfach erwähnt wird so, hier ist nichts weil das ist irgendwie langweilig da weiß man, dass das nichts ist so kann man suchen und sehen oh, vielleicht ist da doch was oder so das ist irgendwie viel spannender Irgendwie ist die Yokai Watch mal saunet oh, hier ist wieder was ist das wieder dasselbe? ich habe irgendwie Angst gegen das zu kämpfen, war voll stark aber vielleicht schaffen wir diesmal komm jetzt wenn ich den nicht besiegt, dann geh ich lieber wollen lassen das ist ganz schön schwer oder ich bin einfach ganz schön dumm ja, wir haben wieder einen Dotzel gefunden Dotzelkräft an mit dieser Intro-Screen zum Kampf so, komm jetzt rasten wir direkt aus wir setzen direkt eine Ultiseel ein und zwar von dem hier oh, oh Gott ich muss die Bälle antippen das war irgendwie sauschlecht mein Teil ist kaputt, Georg Herr, alle sterben! man muss also nicht jedes Mal dasselbe machen ok, das ist interessant wie OP sind denn die Viecher? WTF jetzt kriege ich bestimmt so einen Tipp wow, du bist ziemlich behindert probier doch mal was anderes ich hätte nicht gedacht, dass wir so verlieren würden bevor wir losgehen, sollten wir uns etwas zu essen aus dem Laden holen hatte ich gerade weniger Leben am Anfang von dem Kampf oder was war... oh, was ist das denn? Fischköder halten, lecker das hört sich gut an Fischköder, nochmal warum liegen die einfach rum? ok ich kann es an der Team mal vergessen die ist ja wieder in die Yokai, oder? hier ein Baum ein Baum Yokai komm, ich will den jetzt mal finden ey, irgendwas cooles da oh, so eine Miesmücke die kriege ich komm bling 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 gefunden Miesmücke so, komm die greift an ich höre dich kaputt vielleicht hat die am außen keine Unterstützung dabei bitte oh, Ustani ey, scheiße ich muss direkt wieder mit meinem Hauptvieh angreifen das kann so heftig angreifen irgendwie hä, das stirbt ja immer instant was das für ein kack komm kraft an aber das greift nur einen an, ne? hä? gut, der ist jetzt gerackt, aber dafür werde ich jetzt gerackt warte mal, Items kann ich irgendwen heilen? heilt sehr wenige LP Yokai mögen dich ein wenig bis jetzt kann meine Items all dasselbe ne, der bringt nix scheiße, mein Teil ist gar nicht tot ach wenn ich das jetzt noch geheilt hätte obwohl der war eh nicht tot hä, das ist ja voll schwer ich bin mega der Noob ich verliere gegen jedes kack hier soll ich mir echt einen Laden zu essen holen? ich glaube man sollte einfach mal nicht wie in jedem Spiel denken öö, ich hab da noch ohne was der sagt sondern einfach mal befolgen was der sagt jetzt ist nur die Frage, wo zur Hölle ist der Laden? warte mal Minus? oh, ich kann einfach da drauf drücken äh, was ist das passiert? oh Gott! Hilfe! ah, ah, da macht die Karte klein und deswegen dann Minus ich hab gedacht, der ist doch keine Minustaste jetzt ist nur die Frage, wo zur Hölle ist bitteschön der Laden? hier ist die Schule, ne? das hier sind einfach fast die Zeichen von den Yo-Kai-Dingern, die es gibt ne, das ist ein Kindergarten, wie süß hallo, wie geht's? kann mir die Rutsche auch hochlaufen jaaaa wie gut hä, was ist das für ein geiler Kindergarten? und was hat der da gemalt? Zeichnen macht so viel Spaß aber mir scheint die Perspektive nicht ganz richtig okay, das könnte glaube ich ich sein ich will nicht wieder diesen Kack-Yokai da haben ich meine, ich find den ganz süß und so, aber ich hab den schon, ich will den nochmal haben also, wo ist der Laden? da ist der Laden da ist der Laden da ist der Laden, da ist der Laden oh, das ist aber ein Haus das ist mein Haus, ne? ist voll über die Straße laufen ne, das ist ein Laden ich bräuchte, was hat mich wiederbelebt oder so ei ei oh scheiße, ich glaub die sind erst jetzt der aufgefüllt kann sein deswegen hab ich wahrscheinlich die ganze verloren oder? denke ich zumindest egal äh, hi, ich möchte was kaufen willkommen Media ich sag immer Media Markt man kann mir dann nicht sagen, dass man, wenn man das liest nicht an Media Markt denkt ich betone alles wir haben alles okay, danke oh, ein Sandwich ist aber teuer halt wenig LP erlaubt jetzt fliehen wow, ihr habt sehr viele Sachen richtig viele Sachen ich kann mir davon auch nix leisten weil ich nur 1,50 Euro in meinem Taschengeld hab egal, dann fangen wir jetzt noch irgendeinen anderen Yo-Kai wir müssen jetzt direkt hier so Pokémon-Meister werden und einfach die heftigsten Yo-Kai der Welt fangen ich glaube, es gibt sogar Yo-Kai, die sich entwickeln können warte mal, hier ist doch die scheiß Anzeige wieder mega rumspacken hier, oder? ne, warte mal warte mal, hä? ah ach, ein Baum aber es ist schon wieder so eine Mücke, wo ich zu schlecht für bin ne, so eine Hustani oder wie der Teil heißt ich bin auch gespannt kann aber bitte keine Freunde mitbringen Hustani, das greift doch wieder an warum müsst ihr mich angreifen? das Vieh sieht auch ganz cool aus oh, ein Windezicado ok, die kennen wir schon vielleicht können wir da irgendwie es schaffen so, komm direkt Ultisieren mit meinem Teil komm, drehen kann ich komm schauen bevor der wieder angreift, weil der Tier greift irgendwie alle an das war geil los, 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 los so, Poolerschnitt rack alle ja, ey, wie geil ist Windezicado Windezicado ist mega OP ich mag den voll gewonnen Fangspunkte, so, jetzt kriege ich das aber hoffentlich oh, Level Up, das ist auch sehr sehr nützlich die haben sogar richtig viele Stats 50 Cent bekommen Tempo-Talisman Talisman, was bringt das denn? frischer Seeigel-Bar Hustani nähert sich dir willst du mit, willst du mein Freund sein? wenn du Nein sagst, ist deine Lunge in Gefahr ok ich hätte jetzt schon Lust Nein zu rücken einfach nur um zu gucken, ob ich dann irgendwie Lungenkrebs kriege oder so Hustani du hast dich mit Hustani angefolgt gibt das auch Kost-Kotztani Hustani einen Namen geben nein jetzt habe ich 5 Stück, oder? ich glaube schon ich habe 5 Stück ich habe doch Hä? habe ich jetzt erst mal nur 4? yo zählen soll gelernt sein egal, da finden wir halt noch ich warte jetzt einfach bis es dunkel wird und dann kriege ich so Nacht Yo-Kai meinte ich kriege das jetzt hin, diese scheiß Entenfeel zu besiegen aber ich habe bestimmt wieder weniger Leben, weil ich den Kampf gegen Hustani so heftig verkackt habe warte mal kann man hier rein als ob man hier rein kann Alter wie heftig wie gut ist das eigentlich wenn Spiele Dinge einbauen und das nimmt nur zur Dekoration ich kann einfach in die Gülle scheiß hier rein klettern wie heftig oh ne Kiste was ist das denn Hustani, der mich angreift? er halt eine tolle Technik au was ist das Hustani, das wird Sinn ergeben wenn die Bakterien sind drehe das Jokarat um deine kämpfenden Jokai zu ändern sieh deine Gegner und Verbündeten an und wähle die 3 besten Jokai was soll ich wissen was die 3 besten sind, kann man auch schon jetzt machen wie cool lassen wir mal Hustani kämpfen he wie cool Ulti Seel das ist ja wieder die von Vinci Kado ein ich frage mich ob die Angriffe die die denn machen auch automatisch erstmal gegen den gegenüber gegen den liegenden gehen alle besiegt die leben noch dann war ich eine Ulti Seel von dem neuen Hustani, was kannst du? du bist gleich tot Hustani oh Hilfe ich habe mir erst dann noch eine ganz verstanden wie man die Gegner anwesend kann Bacillenschleuder das hat ein bisschen was für ein Austausch äh Austausch oder Muschas oder so ah ok so kann man die anwesend das ist natürlich sinnvoll boah das voll spannende Kampfsysteme gefällt mir nicht gut nein hä? ah ne lebt noch ok noch einer den schaffen wir mein Hals tut weh Halsschmerzen LP sinken ständig ernsthaft kenne ich auch aus dem real life wenn ich Halsschmerzen habe dann sinkt meine LP die ganze Zeit Puh kriegt man einen Jokai äh was gestorben ist mein Vinci Kado jetzt trotzdem Punkte es kriegt trotzdem Punkte oh das finde ich schön ich meine er hat ja trotzdem gekämpft nur weil er gestorben ist heißt das nicht wow 2 Euro das ist doppelt so viel Geld wie ich es bis jetzt hatte also im underground zu dealen das bringt anscheinend sehr viel ich finde die Tatsache aber kacke dass ich die jetzt nicht bekommen habe ii hier will ich eigentlich nicht reinklettern ja aber oh was ist das denn was ist das denn da? ne ist das gar kein Jokai ich bin gleich ein Jokai huh manche Teile der Stadt werden durch einen Watchsiegel versperrt sollte ein Watchrang niedriger als das Watchsiegel sein hast du Pech ok hinter dem hochrangigen Watchsiegel erwarten die starke Jokai ah ok dann ist das wohl doch besser durch den Reingehen das lässt sich mit der derzeitigen Jokai Watchrang links nicht öffnen ok ich habe verstanden ich bin zu ein großer Noob das ist dasselbe denke ich zumindest yo also Jokai Fang ist hier anscheinend so wirklich angesagt komm ich brauche noch einen ich will noch mal gegen diese scheiß Enten da kämpfen oder? ja aber ich glaube vorher heile ich mich noch mal kurz wuuu ich bin dann ganz gerafft ob man wirklich jetzt nach einem Kampf geheilt ist oder ich habe gedacht der hat voller Bunsen Auto würde irgendwie sagen ganz normales Auto ok wenigstens weiß ich jetzt schon mal grob wo der Laden ist dann kann ich mich heilen ja das ist toll hallo Aukai wo ist der Aukai Tagebuch Jokai wechseln in den Vorschnitt komm wir holen jetzt diese scheiß Ente die mich so oft besiegt vor allem die wanderten mich irgendwie immer direkt das ist nicht so stark aber ich habe jetzt ja auch ein bisschen gelevelt vielleicht kann ich dann jetzt doch ein bisschen mit denen den Comparer komm wir gehen die Treppen runter wir sind wunderbar vorbildliche Menschen soll ich jetzt auch direkt wieder gleich den Jokai ausrasten da haben wir das so jetzt kommen Ente ich werde dich besiegen und vernichten da bist du mein Erzfeind dann möchte ich ein bisschen an das Pokémon petzen weil ich auch so rotz im Gesicht habe gefunden du Rotzel du Rotzel greift an oh nein ich muss übrigens mal gucken wie lange ich diese Parts mache ich weiß es nicht jetzt habe ich gerade einfach halt so viel Bock dass ich die Parts mega lang mache aber mal gucken ob das auch so bleibt so die Ultisee von ihm hier bitte nicht direkt sterben ja ich verliere jetzt auch viel weniger Leben komm greif an bevor D angreift los das hat aber lange gedauert Zirkulärschnitt ja ja komm wie einfach das ist wenn man einfach sein krasses Zikado oder wie das heißt Level 100 was eigentlich war das Level 100 ok Level Aufstieg ich bin bei allen Level 3 ok sehr gut oh Ultisee Stufe ist aufgelevelt worden man kann also auch die Special Angriffe da leveln ok so jetzt komm hier ei ei du bist stark willst du vielleicht mein Freund sein mit Trotzle anfreunden ja darauf habe ich so lange gewartet du hast dich mit Trotzle angefreundet ich hätte eine gelbe Medaille Trotzle einen Namen geben NAYEN Trotzle wurde zu deinem Yo-Kai Medaille mit zugeführt ich glaube wohl viele Seiten davon gibt und wenn man alle 12 von hat kriegt man eine Special Medaille oder wie ich habe die Medaille von Trotzle erhalten Traction du hast ein paar tolle Yo-Kai Medaillen aber trotzdem wenn wir gegen Tristin kämpfen brauchen wir weitere starke Yo-Kai oh was ist das ich spüre eine starke Aura gerade in diesem Moment da muss ein starker Yo-Kai ganz in unserer Nähe sein aber wo wenn ich mich nicht täusche kommt es von der Fischbude auf zur Fischbude wo ist denn die Fischbude es gibt 8 Yo-Kai Stämme jetzt kommt dann was ich gemeint habe jeder Stamm hat andere Stärken auf der Yo-Kai Medaille kannst du den Yo-Kai Stamm sehen wir haben gruseliger glitschiger tapfer mystiker schummriger herziger charmanter und robuster ok alles mit A am Ende richtig tapfer der Kampf kann sich je nach Stammkombination drastisch ändern ah also haben die doch Vorteile und Nachteile ok vielleicht habe ich mich deswegen auch eben die ganze so hart verkackt auch ich sollte vielleicht im Pfeil hinterher laufen wäre ganz schlau denn ich habe so eine Ahnung was jetzt auf uns auf uns erwarteten was da auf uns wartet für einen Yo-Kai aber nicht wenn wir gegen diesen Balken rennen ich bin voll schnell ich bin so schnell wie so ein Auto fast hey wie weit ist das weg ich komme irgendwie auch nicht drauf klar wie groß die bin ich gerade bei Rot über die Ampel gelaufen kann man von einem Auto hier angefahren werden ich meine ich erinnere einfach so über die Ampel obwohl der Rot ist was ist denn in der Bäckerei die Bäckerei Batch wieder mal rein ne kriege ich Hunger scheiße ich bin schon 20 Uhr ist es schon spät aber das ist egal denn ich bin auf Yo-Kai-Jagd und ich werde die Bieste Yo-Kai-Finger-Wild das ist die Fischbude der sieht auch aus wie ein Fisch hey Junge hast du Lust auf Fisch? wir haben eine Menge davon Herr Bachmann letzte Zeit scheint der Fischgeruch von die Vorbeifahren in Autos abzulenken also pass auf wenn du die Kreuzung überquemst ja Dominik du weißt was das bedeutet ich wette das ist ein Yo-Kai da ist ein Yo-Kai im Berg lass uns die Kreuzung untersuchen vorsichtig also ganz vorsichtig werden wir natürlich auf diesen Knopf drücken wir warten und dann werden wir über die Kreuzung gehen und ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher was uns erwarten wird wir queren die Straßen nur bei grün gesunder Menschenverstand ist toll also befolgen selbst die Yo-Kai-Verkehrsregel nur guten Kindern die die Regeln befolgen passiert gutes Nintendo und ihre Weisheiten ja ich würde jetzt sagen hier sind jetzt irgendwo Yo-Kai oder? mal gucken mal gucken ob hier irgendwo Yo-Kai rumkommt das ist mein Lieblings Yo-Kai ja ja ich meine ich kenne es jetzt noch nicht mehr aber da ist er hallo hallo mit Miau hallo diese Katze sieht ziemlich äh angespannt aus scheint so als würde sie sich auf etwas konzentrieren diese Entschlossenheit dieser Yo-Kai ist nicht wie die anderen die wir bisher gesehen haben Attacke ich bin gespannt ich bin gespannt das ist mein Lieblings Yo-Kai ich denke auch der Lieblings Yo-Kai von vielen weil das so eine Art Pikachu ist von der Serie hier schon wieder besiegt hey alles okay ja ich warte was du kannst mich tatsächlich sehen jo kennst du ein Mädchen namens Amy? Amy? ich glaube nicht wer ist das? naja sie war meine Besitzerin bevor ich zu einem Yo-Kai wurde als ich noch eine normale Katze war wurde ich von einem Laster überfahren was voll brutal ist meine Besitzerin meine geliebte Amy ich höre immer noch ihre Worte sie sagte von einem Laster überfahren das ist so erbärmlich da habe ich mir auch so gedacht wow das ist ein bisschen brutal für eine Kinderzettel das war aber nicht nett naja es ist eben meine eigene Schuld wenn ich losglaufen ich bin losglaufen wurde überfahren wenn ich erstmal einen Laster besiege werde ich Amy wiederfinden aber die anderen Yo-Kai machen sich ständig über mich lustig einer von ihnen hat meinen kostbaren Schatz gestohlen mein Foto von Amy die haben dir dein Foto weggenommen? ja vielleicht bin ich wirklich erbärmlich sich über dich lustig machen und dein Foto stehen das ist gemein das stimmt vor allem wenn man so eine süße Katze ist wer hat dein Foto? ich nehme mir den mal vor aber jetzt rastest du es mal aus ja wir holen jetzt für dich zurück weißt du welcher Yo-Kai es gestohlen hat und wo er sein könnte? ja seine Bande hängt normalerweise hinter der Fischerbude ab ich trau mich nicht mehr rüber wir kümmern uns darum keine Sorge du solltest dich erstmal ausruhen oh wie heißt du eigentlich? mein Name ist Dominic ich erinnere mich an keinen Namen von früher außer Amy die Yo-Kai nennen mich Jibanyan ich mag es irgendwie Jibanyan alles klar damit darf ich vorstellen Jibanyan von dem ich auch ein paar aufstelle weil ich es kann der ist so süß ich mag die im Englischen hat er diese typische mega süße japanische Quatscherstimme alles klar mal sehen ob wir uns irgendwie hinter die Fischerbude schleichen können würde ich auch sagen aber bevor wir das machen und Jibanyan retten und sein Foto retten besser gesagt sehen wir uns im nächsten Part erdenkt zu werden und ja ich hoffe dir Spaß und schreibt mal vielleicht jetzt im zweiten Part so wie ihr das Spiel eigentlich bis jetzt findet weil ihr ja ob ihr ja irgendwie das cool findet weil ihr davon haltet und ob ihr euch das vielleicht selber kauft und auch besonders weil ich bei dem Spiel beziehungsweise bei dem Let's Play besser machen kann weil das ist am Anfang immer so dass ich einfach drauflos aufnehmen und vielleicht passt irgendwie die Lautstärke nicht vielleicht gefällt euch irgendwas nicht oder so dann schreibt das jetzt am besten in die Kommentare dann kann ich darauf eingehen wir sehen uns und danke für eure Unterstützung bis dann tschüss